hallo leute und willkommen zu einer weiteren folge von ja pandemic train wir sind hier an unsere kurz vorab wir sind drauf gegangen weil ich wollte was ja bis später ich wollte was machen und zwar ja ich war vergiftet und wollte eigentlich folgendes tun ich wollte mich heilen habe auch gedacht dass sie dabei alles habe aber das war nie der fall denn leute ja das hat zwar angezeigt dass ich das habe aber ich hatte keine medikamente da und ich bin dann drauf gegangen beim wasser sammeln ja jetzt bin ich mir am überlegen was wir jetzt machen also ich gehe mal dahin wir reisen mal erst mal zu den teilen jetzt kochen wird was und vor allem wir müssen uns heilen ich hatte gedacht ich habe die spritze mir wurde auch angezeigt dass sie die hab also dabei habe aber von wegen das spiel verarscht mich aber und wie dann habe ich wir sind ja zu zweit also wir kommen an boh und ja ich habe mir auch medikamenten gemacht man kann ich hier diese medikament machen jetzt sind wir alle wieder okay produziert serum es kann ich hier machen im stopp aber da brauche ich herum wasser haben wir ich weiß nicht was ich hier ist wasser was ist hier produziert schmerzmittel nein heilen heute therapie irgendwo 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 wartet mal irgendwo gab es ich muss nachdenken leute was wir jetzt produzieren hier geht's nicht ich will ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht okay dann kochen game so jetzt du du machst ich mal ammoniak ihr macht mir noch mehr essen und nun brauchen wir auch vor allem brauchen wir essen gemüse ich bin sicher ich bin sicher ich bin hier ich bin hier ich bin hier vor allem ich will jetzt gucken was wir so bauen können ich habe eigentlich hier das ganze gekauft aber okay okay wir sind fertig so ich hoffe es klappt jetzt ohne dass wir drauf gehen ich habe mir jetzt werkzeug so ich will die haben was haben wir wobei nicht viel seht ihr das es wird hier angezeigt ich habe die aber ich habe sie nicht dieses blöde spiel verarscht mich von vorne und von hinten ich habe sie nicht da sind viele ressourcen falsche richtung du idiot gut Oh man, komm schauen! Kannst du bitte angehen? Zumindest haben wir jetzt Wasser. Haben wir dort was? Ich glaube nicht. Deswegen brauchen wir in diese Richtung gar nicht zu gehen. Komm her! Hey Mann! Die nehme ich auch mal mit. Komm her! Komm her! Was? Was ist denn? Was ist die blöde Sniper? Komm her! Ach komm schon Mann! So, jetzt spiele ich. Oh ja! Was ist das? Nein, was ist das? Nein! Okay. 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 Da, mein Mann auch nicht alles zu machen, ne? Man kommt schon laut, Mann! Okay. Oh ja! Jawohl, wir haben alles. Beginnt wo zählt einer auf mich? Jetzt nicht mehr. Ja, aber die Frage ist, äh, wo ist jetzt mein Zug? Warte mal, äh, wo ist mein Zug jetzt? Verdammt. Okay, nein, Mist. Da war doch was noch. Okay. Okay. So, wir heilen jetzt uns, also, dann versuchen wir jetzt die Medikamente zu machen. Okay. Okay. Und nicht mit euren Problemen auf den Arten, ich muss jetzt kurz produziert Serum. Das Problem ist, ich muss mich heilen. Und er ist der einzige, der, ähm, Serum produzieren kann. Okay. Was macht ihr? Ja. Könnt. Hm. Gemüsesuppe, ihr werdet, ähm, Gemüse produzieren und du wirst dich mal mit Eiern beschäftigen. Ja. 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 Wie sieht es jetzt aus mit dem ersten neuen Stück. Wasser. Wasser haben wir auch nicht mehr so viel. Also, mach mal einmal Wasser. Kannst du? ich glaube nicht, denn das kann nur dieser hier. Er kann nur Serum produzieren, oder? Kann sie? Ich mache mal Serum. Das Problem ist, was können wir hier jetzt machen? Tiere, ich würde gerne wo wir bräuchten einen Platz. So, das sind Garten, Küche, Mülle, Herbarium. Naja, okay. So, okay. Ähm. Essen. Das machen wir mal schnell nochmal. Und dann verabschiede ich mich von euch, Leute. Ihr sieht, also. Hm. Warum habe ich hier eigentlich gar nichts? Die hat. Aha. Okay. So, wir müssen einen Trau suchen. Wir müssen jetzt eine Frau suchen. Wartet mal. Die ist irgendwo da hinten. Plus, da weiß ich schon Wasser. Hm. Okay. Kann ich eigentlich dieser... Oh. Wo war was? Wo, wo? Äh. Bin ich zu spät? Warte mal. Okay. Wir müssen die Frau finden. Okay. Ja. Mist. Irgendwo da hinten ist die Frau. Und? Mist. Steck ich jetzt fest, oder? Okay. Dann machen wir das folgende. Wir gehen hier durch. Jawohl. Und. Da. Da. Hey! Ein Hund! Und. 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 Na ja, klar doch, wir nehmen diesen Hund mal mit, warte mal, wir nehmen das mal mit, uuund, okay, äh, okay, gut, Leute, ich verabschiede mich von euch, ähm, sag vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat gefallen, es tut mir leid, dass ich wirklich so ruhig bin, wie gesagt, ich bin jetzt erkältet noch, und mir ist schwer zu reden, ohne dass ich huste, okay, Leute, vielen Dank, und bis zum nächsten Mal, euer Roland Wolf H3, ciao, Leute. Vielen Dank.